Herr Fleischer, und wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie uns heute Abend hier das Interview geben. Und Julia möchte jetzt auch noch ein paar einleitende Worte sagen. Ich möchte all diejenigen zu Hause begrüßen, die zum ersten Mal jetzt in GTV dabei sind. Ich möchte Ihnen sagen, GTV ist ein Live-Sender. Ein Live-Sender und Sie werden es feststellen, dass manchmal die Menschen hinter der Kamera nicht die gewieften Moderatoren sind, sondern eben Menschen, die etwas zu sagen haben, Menschen, die sich mitteilen wollen und Menschen, die gehört werden möchten. Das ist GTV. Heute, liebe Zuschauer, geht es um das Thema UFO. Es ist so, dass wir Herrn Robert Fleischer dafür gewinnen konnten, dass er hier ein Interview gibt und auch seine Erfahrungen weitergibt. Und ich heiße Sie auch natürlich im Namen aller jetzt, die hier hinter der Kamera sind. Moment, wenn die Regie dann soweit ist, gleich einen Einspielfilm sehen. Es ist einfach interessant. Schauen Sie sich das an, machen Sie sich selbst Ihr eigenes Bild. Und im Laufe der Sendung werden wir spezielle Themen, Fragen, Herrn Fleischer, dann stellen. Ja, wir beginnen wir jetzt erst mal mit dem Klick, oder? Ja, so war es vereinbart, Herr Fleischer, denke ich. Wir haben eine kleine Zeitverzögerung, es wird jetzt ein paar Sekunden dauern. Und unser Regisseur, der Dr. Jit Liuzzi, wird jetzt den Clip einblenden. Und dann können sich unsere Zuschauer erst mal ein kleines Bild davon machen, wie Sie Herrn Fleischer einordnen können, sodass Sie mal ein bisschen ein Bild haben. So, ich denke, Jit, bitte, wenn du das jetzt einblenden könntest. Danke.